Ja, einen schönen guten Tag aus Berlin. Es ist heute der 19. September und der Monat ist echt in sich. Erst Denver, dann hier auf Ostern, Nordseeküste, zwischendurch noch einige andere Projekte und jetzt bin ich in Berlin. Warum? Weil ich tatsächlich hier einen Preis bekomme, den ich stellvertretend für das gesamte Grobi-Team entgegennehme. Und zwar ist das so, das Deutsche Institut für Servicequalität in Hamburg hat in Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender NTV die besten Online-Shops prämiert. Dafür wurden über 80.000 Kunden gefragt bzw. die haben ihre Kommentare und ihre Hinweise dort hinterlegt und da sind wir doch tatsächlich als bester Shop im Bereich Unterhaltungselektronik ausgezeichnet worden. Und das freut uns natürlich sehr. Und diese Preisverleihung, die findet tatsächlich heute Abend hier im Bertelsmann-Haus unter den Linden 1 statt. Das ist irgendwo da hinten. Wetter ist mega, Stimmung ist auch gut, bin alleine hier, aber nehme gerne in Vertretung für das ganze Grobi-Team entgegen und sage auch mal allen Kunden, die für uns hier gestimmt haben, vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Ja, und für das Vertrauen, dass sie bei uns die Produkte gekauft haben, dass wir die Möglichkeit hatten, unsere Serviceleistungen zu beweisen, die Warenverfügbarkeit, an der wir immer hart gearbeitet haben in den letzten drei Jahren, dass wir das halten konnten und dass auch die ganzen anderen Aktivitäten, die wir versuchen, dass das ganze Einkaufserlebnisse wirklich gut wird, dass das gefruchtet hat. Also vielen Dank für alle, die sich jetzt hier daran beteiligt haben. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Bilder noch einfließen lassen. Ich habe keine Ahnung, was das hier heute Abend wird. Ich weiß nur, es soll irgendwie auch gegen 9 Uhr Essen geben. Da habe ich auch ganz schön Kohlenab, weil den ganzen Tag wir vielleicht noch wenig hier essen. Ich bin heute wieder hier reingefrogen. Ich habe noch unseren Partner von Trinoff hier in Berlin besucht. Naja, und jetzt geht es mal rüber. Halb sieben soll es losgehen und dann schauen wir mal. Und morgen früh wird es noch eine Diskussion geben. Da werde ich auf jeden Fall noch daran teilnehmen, denn es sind spannende Zeiten. Es sind auch nicht ganz einfache Zeiten. Das dürfte jeder von uns wissen. Jeder, so unterschiedlich, wie er es irgendwie erleben kann, wird es merken. Und naja, am Ende des Tages bin ich dann froh, wenn ich dann doch mal wieder zu Hause bin und einen schönen Film gucken kann auf der großen Leim und schöne Musik hören kann. Und genau das ist das, was in diesen Zeiten das Leben teilweise noch deutlich leichter macht. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal bei Cast oder InCast, bei Düsseldorf InCast oder ihr fahrt mal rüber zum guten Holger, besucht ihn dort oben und schaut euch das Ganze mal an, was er da geleistet hat und was wir hier alles in den letzten Jahren aufgebaut haben. So oder so, ihr werdet in beiden Standorten eine Menge Spaß, Freude und Leidenschaft erleben. Also, jetzt gehe ich mal rüber und dann sage ich vielleicht mal bis später. So, wir bleiben bei dem Bereich Technik und haben die Kategorie Präsentationstechnik, Hi-Fi und Heimkino und ich bitte zwei Preisträger auf die Bühne. Ja, es ist jetzt 21.50 Uhr und ich bin jetzt mal kurz schnell in diesen Raum reingegangen, wo dann tatsächlich heute alle Sieger genannt worden sind, aufgerufen worden sind, waren auch viele da und somit konnten die persönlich ihre Urkunde und ihr wunderschönes Stück Acryl mit Namen und so weiter entgegennehmen. Und ja, tatsächlich ist es also der kleine Grobi, der hier als bester Shop von einer Vielzahl von, ich sag mal, Kunden, Anwendern, Freundinnen des Hauses etc. genannt worden ist oder auch prämiert worden ist, als ja bester Online-Shop für Heimkino und Co. Das ist die Kategorie Präsentationstechnik, Hi-Fi, Heimkino. Dazu kam eben auch als zweiter Visonext, das ist dann so ein bisschen David gegen Goliath, sag ich mal ganz ehrlich. Schöne Grüße nach Amstetten. Dort ist also sicherlich der Schwerpunkt dann die Präsentationstechnik gewesen mit Visonext selber. Also, es freut uns auf jeden Fall sehr, dass wir hier diesen Preis abgeholt haben und ich sag nochmal an alle vielen, vielen Dank und das ist natürlich Ansporn für uns hier auch auf dem Niveau weiterzumachen. Ich schicke mal einen Link, dann könnt ihr mal sehen, was das für Kriterien waren, wer auch sonst noch aus welchen Kategorien. Und es gibt eine Unzahl von Kategorien, also Wahnsinn, eine Vielzahl, nicht Unzahl, eine Vielzahl von Kategorien, die hier genannt worden sind. Also, da war bei sofa.de, da war was für den Hund, da war was für Reinigungsmittel, da war was dabei für Ladestationen. Also, eine große, große, große Anzahl an Unternehmen, die eben im Online-Bereich sich einen Namen gemacht haben. Ja, das soll es auch gewesen sein. Jetzt geht es mal nach oben an die Bar und dann gucken wir mal nach hinten oder ein Bierchen, quatschen noch mit ein paar Leuten da. Waren, wie gesagt, interessante Fälle dabei, wo man sich ja vielleicht mal ein bisschen austauschen kann. Und nochmal an alle und speziell an das ganze Groobi-TV-Team. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz und wir sehen uns und dann gibt es nochmal eine extra Runde auf das, was hier heute Abend passiert ist. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.